Erleben Sie im Renault Espace dank 4Control und adaptivem Fahrwerk den präzisesten Fahrspaß, den es je gab. Im Stadtverkehr sorgt die 4Control Allradlenkung für eine enorme Wendigkeit und für leichtes Manövrieren. So hat der Espace trotz einer Außenlänge von 4,85 m einen Wendekreis von lediglich 11,1 m. Dies ist möglich, weil bei geringen Geschwindigkeiten die Hinterräder in entgegengesetzter Richtung zur Vorderachse einschlagen. Bei höherer Geschwindigkeit optimiert die 4Control Allradlenkung die Straßenlage und sorgt so für mehr Sicherheit bei Kurvenfahrten. Durch das gleichzeitige Einschlagen der Vorder- und Hinterräder in Lenkrichtung wirkt die Allradlenkung der Fliehkraft entgegen. Das erstmals zusammen mit 4Control angebotene adaptive Fahrwerk kombiniert die zu den aktuellen Straßenverhältnissen passende Dämpfung, die Fahrzeugdynamik und den gewählten Fahrmodus. Für ein Maximum an Kontrolle, Dynamik und Komfort. Hast du Film an? Hast du Film an? Hast du Film an? Hast du Film an!